Hallo, hier ist Nick. Ich möchte Ihnen etwas erklären über das neue Angebot von Crowd1, worauf Sie akten sollten. Und zwar das Kleingedrückte hier, werde ich Ihnen erklären, um was es genau geht. Aber davor möchte ich Ihnen ganz klar erklären, wie das Angebot funktioniert. Crowd1 schenkt seinen Mitgliedern, die bereits angemeldet sind, 99 Euro gratis, um jemand anderes anzumelden. Das heißt, wenn Sie Freunde haben, die sich anmelden wollten und dabei skeptisch waren oder nicht so viel Geld dabei hatten, dann haben Sie die Möglichkeit, diesen Freund oder Bekannte anzumelden für 99 Euro mit einem Bildungspaket weiß und zwar gratis. Aber wie funktioniert das Ganze? Am kommenden Mittwoch werden Sie in Ihrem Backoffice, genau ganz hier beschrieben von Crowd1, einen Giftcode erhalten. Ein Giftcode ist normalerweise ein ganz normaler Geschenkgutschein. Werden Sie einfach erhalten und mit diesem Gutschein haben Sie 100 Stunden. Das bedeutet, 100 Stunden sind ungefähr 4,5 Tage. Sie haben 100 Stunden, um jemanden anzumelden. Das Angebot gilt ab dem jetzigen Datum, sagen wir nochmal vom 29. Wenn Sie diesen Giftcode erhalten haben, innerhalb von diesen 100 Stunden sollten Sie jemanden anmelden, bis zum Montag, den 4. Mai, um 1 Uhr, steht hier drauf geschrieben. Nach dieser Zeit, wenn Sie niemanden angemeldet haben, einfach verfehlt der Gutschein, was Crowd1 Ihnen auch geschenkt hat. Genau, das ist vor allem sehr wichtig. Aber worauf sollten Sie auch akten? Weil ein Geschenk ist immer so, es gibt auch gewisse Kriterien, die auch mit diesem Geschenkgutschein, was Sie auch von Crowd1 bekommen werden. Es gibt auch gewisse Kriterien dabei. Das heißt, das Kleingedruckte hier werde ich Ihnen gleich erklären, was Sie darauf akten sollten. Das ist vor allem sehr wichtig. Ja, Sie sollten wirklich die 100 Stunden nützen, um jemanden anzumelden. Oder jemand, der noch nicht Mitglied bei Crowd1 ist, kann sich ganz normal anmelden. Und wenn er sich anmeldet und dann wird er automatisch Mitglied von Crowd1, bekommt er auch zusätzlich 99 Euro, damit er auch weitere Personen auch anmeldet. Das finde ich wirklich optimal und super. Sehr gut. Aber jetzt erkläre ich Ihnen, worauf Sie akten sollten bei diesem Angebot. Ja, diesen Satz hier, worauf sollten Sie akten, wenn Sie diesen GIF-Code, sagen wir nochmal, Gutschein bekommen haben und jemanden angemeldet haben, steht hier ganz genau geschrieben. Dabei bekommen Sie keinen Bonus. Ja, das heißt, wenn Sie jemanden angemeldet haben, bekommen Sie hier keinen Bonus. Ja, Sie bekommen keinen Bonus dafür. Es heißt, Bonus bekommen Sie nicht in den Education-Paket-Sell-Bonus werden Sie nicht bekommen. Matching-Bonus werden Sie nicht bekommen. Und Fee of Loss. Es heißt, an Antworten für Lust werden Sie auch dabei auch keinen Bonus erhalten. Ja, gut. Ja, obwohl Sie jemanden auch mit dem GIF-Code angemeldet haben, bekommen Sie in den Education-Sell-Bonus keinen Bonus dabei. Das ist selbstverständlich, weil das ist ein Geschenk, was Crowd1 Ihnen auch gibt. Und in den Education-Sell-Bonus, es bedeutet Education-Sell-Bonus, das ist einfach in Ihren Binärbeinen, hier werden Sie keine Punkte erhalten. Das ist Bonus-Verteilung. Nachdem Sie jemanden angemeldet haben, in den normalen Phasen, wenn Sie jemanden angemeldet haben, bekommen Sie hier Punkten und diese Punkten landen hier in Ihren Binärbeinen. Das ist der sogenannte Education-Sell-Bonus. Okay, da werden Sie hier keinen Bonus haben mit dem Geschenken-GIF-Code, die Sie bekommen werden von Crowd1, um jemanden anzumelden. Das ist das Erste. Genau, das Zweite ist, wo Sie auch keinen Bonus erhalten werden, ist in den Matching-Bonus. Matching-Bonus ist ein Bonus, den Sie auch 10% bekommen bei Ihren Mitgliedern, die Sie gesponsert haben. Wenn diese weitere Personen auch anmelden, bekommen Sie, je nachdem, in welchem Level Sie sind, auch Bonus, 10% auch von deren Mitgliedern, die Sie anmelden. Aber in dem Fall mit dem geschenkten, sagen wir mal, Gift-Code, die Sie erhalten, um jemanden anzumelden, werden Sie hier keinen Bonus in den Matching-Bonus erhalten. Gut, das ist diese Zweite Kriterien, die ich Ihnen auch mitteilen wollte. Weil das Erste ist jetzt einfach so, in den Binärbeinen, Education-Sell-Bonus werden keine Punkte dort erhalten. Matching-Bonus werden Sie auch nichts bekommen, keinen Bonus. Und zuletzt, wo Sie auch keinen Bonus mehr erhalten werden, es ist in den Fee-of-Loss-Bonus. Bei den Fee-of-Loss-Bonus, dies betrifft zusätzlich neue Mitglieder. Es heißt, im normalen Verfahren, wenn Sie jemanden angemeldet haben, die Person hat innerhalb von 14 Tagen, wenn die Person weitere vier Personen anmeldet, bekommt er auch einen Bonus von Crowd1. Sie können auch meine Kurse auch schauen, über Fee-of-Loss oder Matching-Bonus, um das auch besser zu verstehen. Die, die auch länger dabei sind, die wissen schon, worauf ich auch ankommen möchte oder was ich auch erklären möchte. Es heißt, nach dieser Anmeldung oder Erhalt des Gift-Codes, die Sie auch von Crowd1 bekommen werden, werden Sie auch in den drei verschiedenen Bonusarten keinen Bonus bekommen. Es heißt, in den Education-Sell-Bonus werden Sie keinen Bonus bekommen, Matching-Bonus und zuletzt Fee-of-Loss werden Sie auch hier keinen Bonus bekommen. Das heißt, der neue Mitglied werden, wird auch kein Fee-of-Loss-Bonus erhalten, wenn er auch vier weitere Personen bei Crowd1 anmeldet. Okay. So, nicht zuletzt, irgendwo werden Sie schon einen Bonus bekommen. In den drei Bonusarten, die ich Ihnen gesagt habe, wo Sie keinen Bonus bekommen werden, es heißt, es ist in den Education-Sell-Bonus, Matching-Bonus und Fee-of-Loss wird auch hier keinen Bonus erteilt, mit dem geschenkten Codeschein von Crowd1. Aber wo Sie einen Bonus erhalten werden, ist nur in den Streamline-Bonus. Den Streamline-Bonus werden Sie bekommen. Es heißt, mit dem Gift-Code, wenn Sie, sagen wir nochmal, Sie haben 14 Leute bereit gesponsert. Und dann, mit dem Gift-Code melden Sie auch jemanden gratis noch dazu. Dann wird auch Crowd1 Ihnen 15 Personen dazu rechnen, die Sie angemeldet haben. Dann, hier, bekommen Sie in den Streamline-Bonus diesen Bonus nur in den Streamline-Bonus. Crowd1 wird hier anerkennen, dass Sie 15 Personen haben, obwohl Sie diese Personen mit dem Gratis-Gift-Code angemeldet haben. Der Sinn dabei ist es, weil Crowd1 die Anzahl der Mitglieder erhöhen möchte, eine gewisse Anzahl auch erreichen möchte. Wenn Sie bereit, wie hier zum Beispiel 2.638.576 sind, Sie werden auch so sehen, wenn alle Mitglieder diesen Gift-Code nützen, um jemanden anzumelden, dann werden Sie hier bei Ihnen auch mehr Mitglieder auch sein, als was hier dasteht. Es heißt, nehmen wir an, es meldet sich, fast jeder Mitglieder versucht, jemanden auch anzumelden, dann werden wir die Anzahl vielleicht ungefähr von 7 Millionen erreichen. Das ist hier ein Beispiel. Wenn wir 7 Millionen Menschen auch erreichen, und Sie haben insgesamt 7 Millionen erreichen, und Sie haben 15 Personen angemeldet, weil Sie eine weitere Person, Sie hatten 14 Personen, aber Sie melden auch mit dem Gift-Code eine weitere Person, dann bekommen Sie 15 Personen. Und dann mit den 15 Personen, hier zum Beispiel, bei 7 Millionen landen Sie einfach hier, das Schwischen. Sagen wir nochmal, 7 Millionen 500 Leute haben Sie sich angemeldet. Und dann haben Sie insgesamt 15 Personen, weil Sie früher 14 hatten, mit den einen Personen, die Sie gratis angemeldet haben, dann haben Sie 15 Personen, und die Anzahl der Mitglieder hat sich erhöht auf 7 Millionen 500 Personen. Dann bekommen Sie pro Woche die 2.000 Euro für den Kauf Ihren Honorate, ja, Eigentumrechte. Genau, die, die dabei sind, wissen schon, worauf ich ankomme. Aber ich möchte ganz nochmal erklären, wo Sie auch hier Bonus bekommen werden mit dem Angebot. Es ist nur in dem Streamline-Bonus. Weitere Personen anmelden, kommt noch eine Person zusätzlich zu Ihnen, und die Anzahl der Mitglieder weltweit erhöht sich auf, es kann sich auch auf 5 Millionen erhöhen, aber Sie haben trotzdem 15 Personen, ja, und dann bekommen Sie pro Woche den Betrag, die je nachdem pro Person auch Sie gefördert haben und die Anzahl der Menschen, die sich auch erhöht haben, auch weltweit bekommen Sie Ihre Bonus in den Streamline. Das wird einfach so geschehen. Ich kann Ihnen auch hier ein anderes Beispiel auch nennen. Sagen wir nochmal, Sie sind bei 9 Personen und Sie melden auch mit dem Giftgut jemand anderen, dann gelangen Sie auf 10 Personen und Sie erreichen in Ihrem Anzahl der Personen, die sich nach Ihnen gemeldet haben, zum Beispiel bei ungefähr bei 10 Personen, bei mehr als 750.000, die sich nach Ihnen angemeldet haben, weil wenn so viele Leute sich jemanden auch weiter anmelden, die Anzahl der Mitglieder will sich erhöhen und das werden Sie auch erreichen. Und dann werden Sie 150 Euro pro Woche bekommen, damit Sie Ihr Honorate-Eigentumrechte damit kaufen können. Ja, das ist nur in den Streamline-Bonus, wo Sie auch Bonus erhalten werden mit diesem Angebot. Das ist es, was ich Ihnen auch erklären wollte und wirklich drauf achten und jemanden weitere anmelden und es lohnt sich auch. So, ich habe Ihnen gerade alles erklärt über das neue Angebot von Crawl One. Nützen Sie das, profitieren Sie davon, aber es war für mich sehr wichtig, Ihnen auch zu erklären, worauf Sie achten sollen. Nicht zuletzt wollte ich Ihnen auch schnell was zeigen, genau, was wir neu bei Crawl One haben. Das ist unser Top Producer. Einfach auf Info gehen und da drauf klicken, dann sehen Sie auch die besten Leader, die hier dargestellt werden, die 100 Besten bei den Top Manager, Direktoren. Das hatte ich schon mal auch gesagt, aber ich wollte Ihnen auch ganz kurz erklären, wie das genau ist. Da drauf klicken hier, dann können Sie auch sehen, die Anzahl der Mitglieder, die auch, sagen wir mal, Top Manager geworden sind, bei uns auch in Deutschland, die auch das geschafft haben, da sehen Sie die Anzahl der Personen, die auch geschafft haben und Manager zu werden. Das können Sie selber auch stimmen und schauen, wie das alles so funktioniert. Es ist wirklich super und gigantisch. Das werden wir auch die Darstellung wochentlich haben und monatlich. Dankeschön und wie gesagt, passen Sie es auf und nützen Sie auch das Angebot von Crawl One. Es ist wirklich lukrativ. Danke an meine Seite und machen Sie es einfach gut.